5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ja, heute hier auch in Rebuild the World bei der Eröffnung unserer neuesten Attraktion, wenn ich das sagen darf. Worum geht's hier? Ganz leite Motto von Rebuild the World, dass Kinder, aber natürlich auch Erwachsene wieder ein bisschen mehr ihre Kreativität reinlaufen lassen dürfen. Gibt es hier 5 Inseln und einen wunderschönen großen Globus in der Mitte. Und um was geht es hier? Man sieht es auf dem wunderbaren A-Frame hier, da ist es nochmal erklärt. Jeder, der hier zu uns in Rebuild the World reinkommt, hat hier die Chance mit den Legosteinen, mit den Systemen, die es hier gibt, so kreativ zu sein wie nur möglich. Familien kommen hierher, aber vielleicht auch mal nur ein großer Lego-Fan. Und das Schöne ist, der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Man darf bauen, was man möchte. Wenn man dann fertig ist mit dem Bauen, man sieht es hier schon ab und zu bei uns auf dem Globus. Ich komme auch gleich rum, dann hat jeder die Chance. Wie gesagt, wir hatten am Wochenende unsere Gewinner von der Fiesi-Familien-Challenge dort. Und die haben nicht umsonst gewonnen, sondern die waren auch diesmal sehr, sehr kreativ. Wir haben hier ein Objekt, ich weiß den Namen davon jetzt nicht, aber es ist eine Achterbahn mit einem wunderbar kreativen, einzigartigen Fahrgeschäften oder wie nennt man das, Waggons. Hier haben wir das befreut und freut mich sehr gerne, weil wir sind die Abteilung Entertainment. Auch kurz Ente, hier wurden ein paar Enten für uns gebaut. Vielleicht nicht immer in der passenden Farbe. Und so sieht man das einfach täglich dann unser Globus sehr kreativ weiter. Und wir freuen uns auf die Gäste, die hier sozusagen einfach ihre Kreativität wieder entdecken. Aber bevor unsere Gäste kreativ werden, dürfen sie das heute. Deswegen sind wir heute hier bei der Eröffnung. Wir haben ganz, ganz viele Bauplätze, unterschiedlichste Thematisierungen auch. Hier vorne rechts haben wir zum Beispiel Ritter und Prinzessinnen. Und wo die Geschäftsführerinnen schon fleißig am Bauen sind, dort haben wir das Thema. Ja, nur ruhig weitermachen. Wunderbar. Ja, nur ruhig weitermachen. Ich glaube, man sieht die Ausführung. Hallo. Ich werde da hin. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.